Bam Ja, damit sind wir hier zu kommen zu einer neuen Runde rockerlin Schmiede, liebe Friesen Na lo lo, heute mal habe ich den Bär Hallo Oh, du, ach, oh, ich wollte auffallen Upset, ich hab mich voll verwirrt gerade Ich hab den Tor aufgehalten auszusehen, das war nicht geplant Ich dachte, das ist ja unser Tor Nice Wir dürfen den Tor zu finden Oh, wirrt gerade Hier ist ein Dreck in eine Runde reingeschaut Die nicht zu Anfang ist Was war öfters passiert hier Und wir schauen was wir schaffen Ok, das war ja Wow, diese Tore sind halt einfach ne Kacke Ja, ich hasse die auch Die sehen halt gut aus, aber Ah, ja Guck mal, nix Guck mal, hat keiner alles gemacht gerade Ok Naja, egal, das weißen wir schon noch irgendwie Ja, in vier Minuten Also da ist noch alles offen hier Ok Oh, yeah, schön, äh Alter, was? Oh, hohohoho, was? Siehst du das? Hast du das toll gesehen, Alter Das war schrisch und der Latte geknall gerade Oh, man Ich bin in Abgruppe noch Alter, hast du das? Ich hab nach außen gleich, hast du gesehen? Ich hab noch richtig reingedenkt Ich hab noch richtig reingedenkt Das war aber verdammt knapp das Teil Das war aber verdammt knapp das Teil Ja Aber wie ich ihn da reingedenkt habe ist er Unglaublich Ok, ich hab mal aufgehalten Unpasslich Komm Komm Geht mir was Gutes Ja, hab ich Nice, super aufgehalten gerade Alter, mega outplayed Ohne Witz, der war gut Oh Richtig gut gemacht Ich hab ihn, ich hab ihn Ach, oh Ah Genauso vorbei gesprungen Der hat kein Nitro gerade mehr Oh Gott, aber der war mega ausgefüllt Aha Friesen Ey Achtung Ja, der geht weg Ah, nice Nice, nice, nice Oh, hier Na, nochmal gerettet hier vor dem Tor Aber ich hab kein Nitro Alles klar Ah, du hast wieder Oh Ah, nice Komm mal mit Ja, ich kann es aber Oh, da Oh Oh Ok Lol Was ist aber das gewesen? Was hast du denn da gemacht? Keine Ahnung Gieß gar nichts Oh Oh Unser Mate hat es gemacht Oder ist es so wichtig Die gerade? Keine Ahnung Oh Der Welch hat Ja Ja, ein Bot Das ist besser als unser Mate Ja Ja, gut Das war Der Kawabi am Weg gewesen Oh Ok, wir haben jetzt wieder ein Mate Oh Was passiert? Doch Ja, irgendwie ein Mate drin Ok Komm Hier rein Jetzt haben wir wieder Ja, der ist drin Ach Was? Ja, gut, der ist drin Nein, 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 nein Deck damit Ja, gut gemacht Ah, nee Arthur? Nein Ich hab ihn rausgezogen Aber er hat ja dann wieder mit seinem Zahn Ja, rausgezogen Ich hab ihn rausgezogen Ja Ja Ja, ich bin doch so schön zurückgeflogen Ja, ja Also schön Oh ihn Das Oh, 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 oh Ne Oh, der war gut Alter, was? Der war sogar richtig gut Ja Alter Ich hab meine Stachel ausfahren müssen Das hab ich gar nicht gemacht Oh, er hat sein, aber was Ja 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 Ah Sauber noch, ja Die Stachel haben uns ja rausgerauen gerade Ansonsten wäre der Stachel auch gegangen Aber schön Die Bikes sind halt sehr OP Die sind sehr OP Ja 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 Direkt zum Rechts vorm Ball Direkt gerade draufschauen Na gut Alter, hast du das gesehen, Alter? Unser Mate ist wieder auf K Ah, scheiße Alte Ne Doch Ja Ich hab keine Ahnung Ich hab doch den Bruder-Item Also wir parken jetzt gerade, aber Ja Der ist ja abgewert gerade noch Alter, okay Oh, wär das schöniger Outplate gewesen Ja, hab ich gesehen gerade Oh, hier wieder Spikes Könnte wieder gut werden Oh, nee Ähm Alter, was? Normalerweise dürfte jetzt nichts passieren Weg Ah, alles klar Ja, du hast ihn gerade mal gerade Ich wollte eigentlich die Spikes noch gerade in den Boden Ah, aber Er geht rein, oder? Ja, ooooh Der war knapp, der war arschnapp gerade Und Ja Nein Was? Was? Wenn du mitziehst, dann geht der auch mit automatisch Ich weiß Ich kenn das Spiel Boah, Alter Ja, die Faust ist gut Weg Junge Ah, da war er geboren oder ist es ein Mate hier was haben? Das ist ein Mate und der ist kacke Oh, wow Oh, wow Zwei Leute haben die gleiche Faust gehabt Keine Chance Oh, shit Das war unser Mate? Nein, das war der andere Das warst du Ja, genau Ja, ooooh Ja, der geht noch rein 5 4 Oh Oh In die Latte Kade Na ja, gut Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder direkt In der zweiten Runde Let's gooo Okay, damit wir kommen wieder in der zweiten Runde hier In Rommel de Wommel Diesmal in einer besseren Map Die andere war ein bisschen, ähm, naja, Karte zu fallen Die Map war ja nicht mehr so schlimm Das Tor war halt noch ein bisschen kacke Okay, das war kacke, oder? Das macht das Tor auf Alter, was? Genau, alles klar Na klar Na klar Und der hatte einfach Was ein Glück der Typ hatte Ja, auf jeden Fall Na ja gut Und der geht aufs Tor Ja, die haben nicht bekommen Die Skammer Scheiße Ja, die haben nicht bekommen Die Skammer Scheiße Die Skammer Scheiße Achtung Ja, fast Ja, fast Ja, irgendwie ist rein Ja, irgendwie ist rein Ah, nice Ah, nice Alter Alter Na, er gewinnt halt gegen die Faust Oh, hat er einfach gerade Weil er zu früh hier halt drangegangen ist, glaube ich Ja Ah, gut Perfekt Ach, komm Ah, nice Wollte schon mit dem Hintern irgendwie Weggeraum Seck ihn halt wieder Und nicht, dass er uns Allfaits hatte Ja, ja Nein, er wurde geswitcht Aber das ist halt sau gut Gegen die Spikes Dieses Switchen Oh, der war gut Ich habe gerade die Spike-Rate getreten, hast du gesehen? Ja, das war gut Nein, nein, nein Nein, hab ihn, hast du wirklich schon gerade Ah, ja Süß Süß Wenn er jetzt reingeht Er geht rein Ja, haha Wie geil Guck dir das an Guck dir das einfach mal an Zack, wurde weggeschossen Ja, ja Und er geht nach rein Richtig alllucky einfach Dankeschön Ja, das war Ja, das war Ja, das war Ja, das war Leider nix Vorlage Ach komm Unser Mann macht ja gar nix Ja, das war Ja, das war Ja, das war jetzt aber auch nicht gerade einfach zu kriegen der Ball Hallo Kannste abhacken Ja, nee Der war, kam, ich hätte es gekloten, weil er vorher wieder weg war, vom Mina wurde er wieder rück... Ja, 3, 2, komm, gib mir was für den Ball. Oh, wow, der Fist. Alter, Fabi, komm, Vorlage. Nein! Er hat ihn nicht. Der war so gut. Ja, der... Oh, ne, der geht nicht rein, aber... Wir hätten das eigentlich auch gemacht, aber gut. Nee. Ich hab mich weg, okay. Nein. Nimm sie. Und go. Der Mate blockiert dich. Äh, mit Meda hab ich extrem blockiert gerade und teile dich recht vorgebracht, aber... Ja, gut. Hab ich. Oh, schlecht, die sind... Nee. Ah, okay, okay. Ja, was?! Ah, der war so knapp an der Innenlatte sogar noch getitscht, glaub ich, oder so. Alter, wie krass das auch war. Na... Ja, den... Ja, den müssen wir haben. So, keine Sache, keine Sache. Hab ich auch. Alter, war's denn... Ja, na, ist schön, schön gekriegt. Na, dann... Na, komm, der geht doch noch rein. Ah, okay. Der hätt ich noch reingesungen. Ah, gut. Sehr assig gerade die Runde, oder? Oh, holy. Alter. Ja, der war richtig gut. Ich hätt nachher hochfliegen können, aber... Ey, gut. Komm, ich mach ihn weg. Alter. Pass auf. Alter. Das war knapp gerade. Aber richtig knapp gerade. Ah, ja. Bikes konnte ich noch nie so richtig einsetzen, oder? Ah, jetzt halt... Stopp! Weg, weg! Nein! Ah, sick! Ah, nee, ja... Ja, hab ich gerade... Kommt, Alter. Hat Torchance wieder? Hab's noch extra gesagt? Oh, nein! Was? Ich hab ihn weggeboss. Guck, wie weit weg der war. Und ich hab ihn trotzdem bekommen. Das kann doch gar nicht sein. Das ist so unrealistisch einfach. Schau. Du hast auch mich weggebockt einfach. Nee, das war der andere. Der hat hier... Ich weiß nicht, dass du ihn gab. Der hätte ich ihn weggebockst. Oh, shit. Ja, wir haben noch eine Minute Zeit. Vielleicht geht's noch ein Tor. Oder... Wer hat denn er weggebockiert? Komm! Ja, der ist gut. Komm, der nur soknack von Forster. Ohne Witz. Das kann doch gar nicht sein. Ja, des ist gut, des ist gut, des ist richtig... Gut. Ah, nee. Hast du nicht gekommen? Ja, ich wollte gerade von Nies rücken. Wow. Unmöglich. Man kann nichts machen. Ich frage, er liegt gerade nicht. Na gut, weiter gehts. Ja. Ja. Tobi. Nein. Okay, GG. Wir haben jetzt nie Spikes gehabt oder Magneten gehabt. Nur Sorten von Fäuste habe ich das Gefühl gehabt, gerade in der Runde. Das war ich mit dieser Runde wieder. Das war ich. Tschö.